Oh, da sind wir wieder in der Metro. Willkommen zurück. Nein. Wach auf, dear. Na? Ja, links habe ich gerade einen gesehen. Ich bin nicht. Der Körner will dich auf der Brücke. Ja. See you later. Nein, lass mich nicht allein. Nein, wach auf. Wenn ich jetzt wieder was zensieren muss. Ich bring dich um. Ich schwör. Man kann sich hinsetzen. Lichter aus. Ja, okay. Übrigens, ich habe dieses Zuhause hier geholt, in dem ich ein paar Leute getötetet habe. Äh, hm. Oh, ich hatte eine Gespräche mit Katja. Okay, hey. Ich sitze hier, erinnere mich, dass die Brücke und die Leute da sind. Und wir haben sich unter den Körnern sitzen und sie haben nicht. Also was? Oh, Handhalten. Nicht schlau. Oh. Ja. Ja, äh, ich muss los. Nein, ich habe an die Dark Wands gedacht. Nicht. Okay. See you. Hey. Oh. Oh. Ah, hi, Arteo. Sie ist fit für uns. Also. Mal sehen, wie der in dem Nitro. Äh, Anna ist wieder nervig. Wie immer. Wie schon in den anderen Games. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Mal sehen, was passiert. Ich mag das. Oh, den haben wir auch noch dran gehängt. Voll. Ähm. Oh, das ist ein Schmuck. Okay. Was rauchen wir da eigentlich? Kommt mir nicht so vor, als können wir hier irgendwo Tabak. Ähm. Auftreiben. Ähm. Falsche Richtung zum Gehen. Falsche Richtung zum Gehen. Hey. 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 My boy. Yes. One, two, one, two, three. Yeah. Yeah. Cut. Thank you, Stefan. Hey, ich hab auch gespielt. Jetzt kriegst du Stefan. I'm sorry to ask, Katja, but... Nostja's father. He's dead, isn't he? Does Nostja know? He is. Uh. Hehehe. Yeah. My boy. My boy. Come on, help with you with my hand. Er, Arteo. Well, the car has waited for you on the bridge. Can I have a little breakfast? No? Oh, you are so full of it. Arteo did most of the work. Hehehe. That you did. Yeah, yeah, he did. But you don't have to interrupt my lies. You are on the vest yourselves. All right, go on. So, I see Arteo get to the door, and I think it's time I came down. So, I do. But something just holds on to me. What else? How should I know? It's dark. Nobody around. And I can't move. And those locals kept going on about Zari something. So I thought, I was in a kind of a bind. So? So I just unflessened the safety and let down. There was that shed down there. The roof was kind of closed. Okay. Oh, and what about the Tsar? Gang, stranger. Oh, we have Hasen. Oh. Süß. Haben wir die von den Tradern hier gekauft? Anführungszeichen. Okay, Miller. Sind seine neun beide. Ich tolle. I had a talk with the Ark. All thanks to Tokorek, he got the decoder working. Ark, come in. Come in, Ark. Over. Mrs. Ark. Identify yourself. Over. This is Colonel Svetoslav Mjolnakov speaking. I'm in command of his special operations force. We have received your signals and are currently heading your way. Do you copy all of your... He caps. Yes, yes. Here you are loud and clear. Who am I talking to? There are no Russians who are talking to you. The deputy chief of communications department, Major Ivanov. A moment. Oh, yes, Major. I understand that the checkup is in order. Jack, die klingen a bit like the Nazis in the Metro. In Elnicov? Simply capital. I'm sorry for the lack of trust. But, as you know, the situation is dire and the enemy is always ready to strike. I do understand, Major. And I hope that you can tell the leader... Have you not yet any sort of safe word? Also, any sort of word that you say? All disposal, as soon as we arrive. Over. Thank you for the great news. How large is your force, Colonel? I have a squad of the best operatives that special forces have to offer. A squad? Yeah. Fuck. There's no source of a find. Great. Yes, we are a large force. But we bring a message of extreme importance. We are heading towards you from sector K6. Sag denen doch alles. Mein... Oh, my God. Oh, my God. In just a moment, I have to check... Uh, K6, uh, Galvan, say, uh... And all that I can see there have been no many encounters in reported in the area, Colonel. I regret it. I must end our conversation here, but know that we are waiting for your arrival. Know that we are waiting. And I am sure the Minister of Defense will be eager. Der scheichelt, der streichelt gerade eine weiße Katze. Und ist auf so einem Tretcher. We are waiting. What is the general situation, Herr Richard? Please. Colonel, sir, you do understand. This is classified information. But I do understand you. We are doing fine. So not worry. Well, here in the Ark. Over and out. I serve the people. Oh, bitte sag mir nicht, dass du dem vertraust. Wir sagen. So, do you get this now? You doubting Thomas? I'm so excited. My hands are shaking. Oh, my God. Oh, my God. You fucking idiot. By the way, Armin. You should take a look. Und wer muss das wieder alles ausgleichen? Hm? Wer muss alle retten? Mm-hmm. Wir sind auf der Ark. Bullshit. Man hat den doch schon rausgehört. We await you. Wenn das kein Superbösewicht ist, dann bin ich nicht Antium in diesem Game, sondern... ...Fucking Millar. Was ist passiert jetzt? Überraschend. Alles ist abhängig, aber der Fahrzeug ist okay. Überraschend. Versteh das. Geht nicht zu schnell und schau auf die Radiation. Überraschend. Versteh das. Ihr seht es schon ein bisschen radioaktiver aus, als gerade der Wald. Ihr seht es schon ein bisschen radioaktiver aus, als gerade der Wald. Wir sind da. Ihr versteht das? Wir sind endlich da. Wir sind endlich da. Wir sind endlich da. Wir leben hier jetzt? Nein. Ich weiß. Warum? Ich mag dieses Ort nicht. Wir müssen hier. Ja jetzt. Milla, wie konntest du dem Vertrauen? Mein Gott. Was? Was? Was über mich? Du trägst hier schon so lange. Und sie verlassen mich jetzt? Ich bin deine Daughter oder nicht? Alles klar. Komm mit uns. Sonst werde ich es nie hören. Oh. Jermak. Stopp das Motorrad. Hören wir nicht wieder. Tats wieder zurück in den grünen Wald. Oh. Who is you? Ähm. Kennen wir die? Wir sagen nicht mal Hallo oder so, sondern... Gehen einfach rauf, ohne irgendwas zu sagen. Ah, das ist dieses... Und das ist unser, was da hinten dran hängt. Gehangen wir uns. Okay. Okay. Fahren zurück. Okay. Wir fahren in eine Falle. Ja, nein. Das wird bestimmt sehr toll. Oh. Warum? Warum? Ich... Ich... Ich will nicht in eine Falle laufen. Kann ich abspringen? Kann ich abspringen? Kann ich abspringen? Kann ich abspringen? Schau mal an diese Fahrzeuge. Partione war recht. Leute kommen hier aus überall im Land. Ja. Ich... Aber das sind schon Metro-Zöge. Also nach der Apokalypse. Also nach der Apokalypse. Also nach der Apokalypse. Lol. Ja. Der Panzer sieht sehr einsatzbereit aus. Die kennt man noch aus dem... Zweiten? Ersten Metro-Teil. Nein, nein. Das ist ein schlechtes Ort. Wir sollten hier nicht kommen. Wirklich? Ja. Das glaube ich auch. Okay. So, wo ist mein Willkommen-Kommission im roten Karpet? Ich verstehe das nicht. Oh! Siehst du? Keiner nach Hause. Wie geht's zurück? Ja. Lass zurückgehen. Können wir nicht einfach zurückgehen? Hallo? Identifiere dich selbst. Colonel Miller. Wir müssen auf den Ministerin der Defensive informieren. Und wo sind deine Leute, Colonel? Mit dem Trenn. Es ist gefährlich außerhalb. Kontakt sie und sag ihnen, dass sie den Trenn in den Hauptfluss für Dekontamination nehmen. Willkommen in der Art, Colonel. Proceed durch den Trenn und ziehe den Elevator. Sie werden nicht verstanden. Können wir nicht... Können wir einfach nicht, bitte. Das ist doch so eine auffällige Falle. Mera, du bist so ein fucking Idiot. Genau wie deine Tochter. Wie die Tochter, so der Vater, oder was? Massen abnehmen, okay. Warum müssen wir... Warum müssen wir... Warum müssen wir... Pass auf euch auf, Jungs. Wir brauchen jede Waffe, die wir haben. Später bestimmt. Später bestimmt. Ohhhh. Fühlt ihr euch nicht wie Idioten? Reportieren zu dem Ministerin ist kein Schock. Ach, weg in meinen Kass. Ich habe einen alten Leiter ausgetragen. Fühlt ihr euch nicht wie Idioten? Du warst richtig oder nicht. Und ich war falsch. Du bist... Ja, du liegst gerade falsch, dass wir hier sein sollten. Sollten wir nicht, mein Freund. Ich verstecke mich hinter Anna. Hier, ich verstecke mich hinter den beiden. Ist mehr Kugelsicher. Besser Kugelsicher. Kugelsicherer, ja. Öffnet sich die Tür und... Können wir nicht zurück nach D6? Oh, das sind Nazis. Das sind Nazis. Fuck me. Was hat der für ein Lächeln? Sie sehen alle ein bisschen gleich aus. Sind das Klone? Schaut die sind. Womit und Kinder? Ha, ha, ha. Good. Haben Sie noch nie in der Zeit. Who? Are you? Kann ich mal ein? Ja! 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 Sie zuerst! Sie schmeckt besser! Das sind echt Kannibalen! Oh shit! Game? Wir schmecken gar nicht so gut! Sie sehen aus wie der Doktor in Team Fortress. Sie sehen aus wie der Doktor in Team Fortress. Ja! Ja! Ich verstehe. Wir sind der Diener. Was sind denn? Sind Sie mich verdrückt? Ihr habt mich schockiert, mich schockiert. Hör auf! Wo ist die Regierung? Alles hier, Colonel. Alles hier. Wir sind die Regierung, die du Menschen verdienen. Keine Ahnung, du Scheiße! Du bist nur... du bist nur Scheiße! Echt? Ich bin radioaktiv, ich schmeck nicht! Niemand mag diesen bitteren Tast. Die Mädchen müssen warten, doch. Wir müssen die Tests erst machen. Ich mag nicht, dass sie keine Ahnung. Auf die Hand, du Scheiße! Und ich schaue die Tests so weit auf deinen Scheiß! Du wirst mich schlafen! Warte deine Tone, junger Mann! Mach das, was das junge Mann macht. Er wuchs lange vor, aber schlussend hört, wieser Menschen zu sprechen. Du Scheiße! Nein, ich überlege, wie ich euch alle umbauen kann. Also, Colonel. Jetzt holst du das Radio ab und erzählst den Rest der anderen und den Trainern, dass sie hier kommen kommen. Wenn du sie nicht so lange zu überraschen möchtest, bevor sie zur Arbeit ist, dann ist das so. Ich habe kein Problem, wenn ihr die beiden isst. Ich habe kein Problem, wenn ihr die beiden isst. Ich bin ehrlich und ich bin ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Ja, ich habe kein Problem, wenn ihr die beiden isst. Ich bin ehrlich. Jakov! Du kannst beginnen. Darf ich seine Zunge essen? Natürlich haut er böse nicht ab. Darf ich auch was machen? Bitte? Ist das mein Zeug? Herr, ich glaube das ist genug. Danke, Sam. Aber es ist nicht. Wo müssen wir sie finden? Aber erstens müssen wir Anna finden. Entschuldigung, ich bin zu weit mit diesem Elevator. Zu Hölle mit ihm! Idiot, beginn den Hauptelevator! Bei nächstem Mal gibt es keine Kannibalenabschlachten. Ich hoffe, ihr habt Spaß und hört sich. Ciao, ciao!